Hallo und willkommen zu meinem neuen Kursprojekt. Ja, ähm, also zumindest das Hauptprojekt sozusagen. Ja, ich hab grad Spaß mit dem Nimm. Ähm, Entschuldigung. Und zwar spielen wir jetzt Seeds. Ich muss mal ganz kurz in meinem Bildschirm etwas richten. Ähm, mal, damit ich von da bis da alles schön mit Blick habe. So, ähm, ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich kann euch sagen, ich kenne schon einen Teil davon. Also ich hab bis zu einem bestimmten Punkt, hab ich das als Let's Play bei jemand anderem gesehen. Ähm, aber ich hab dann aufgehört. Und das ist vielleicht auch schon ein halbes Jahr her oder so. Ich muss grad mal ein bisschen mehr Ordnung auf meinem Schreibtisch schaffen. Entschuldigung. Und ja, äh, ich hab mir schon mal ganz kurz angespielt. Ähm, das hab ich grad gemacht. Also, ja, wie viel hab ich gespielt. Ähm, um halt einfach mal zu gucken, auch mal so ein bisschen das Gameplay auszuprobieren und so. Ob, wenn das so passt und so. Ähm, und ja. Ich würd sagen, wir starten ein neues Spiel. Ähm, ja, möcht ich. War ja auch nur Test. Ähm, wir können jetzt hier den Schwierigkeitsgrad auswählen. Schurke, ähm, ein Spaziergang für geschäftige Diebe, die einfach nur sorglos stehen wollen. Die Gegner sind schlach und weniger aufmerksam. Außerdem gibt es reichlich preiswerte Ressourcen. Diebe. Ein normaler Balance für erfahrene Diebe, die gern ein gewisses Risiko eingehen. Gegner sind fähig und aufmerksam. Äh, sie sind fähig. Ähm, Moment. Ressourcen sind erschwinglich und ausreichend vorhanden. Meistens schwere Zeiten für Diebe, die denken, dass allein die Herausforderung zählt. Gegner können sich tödlich, sind tödlich, Gegner sind tödlich und Zivilisten dürfen nicht K.O. geschlagen oder getötet werden. Ressourcen und Upgrades sind teuer. Die Fokusanzeige lehrt sich schneller. Eigen. Eine personalisierte Erfahrung für Diebe, die gern selbst sagen, bloß lang geht. Bestimme die verschiedenen Einstellungen, den Grad der Herausforderung und Sammelpunkte, um dich in die Bestenliste zu platzieren. Bäh. Gut, ähm, Meister, nein, Schurke, wird vielleicht ein bisschen zu einfach. Ähm, ich würde sagen, ich nehme die. Also, ja, wir tun jetzt die Balance einfach nehmen. Ich bin zwar an sowas gar nicht gut. Ich hoffe, das kriege ich, aber schon kriege ich das hin. So, wir sehen einen wunderschönen Gardebildschirm. Oh, ich freue mich jetzt schon so voll. Ähm, ich kann euch gleich sagen, dass ich ziemlich, ähm, jemand bin, der überall und in jeder Ecke einfach nachschaut. Also könnt ihr euch darauf gefasst machen, dass wir uns erstmal das Interimante, äh, antreten. So, Brulig, der Fall. So, wir landen jetzt gleich in einem Zimmerabend des Mittsommerfestes. Keine Ahnung, ich kam jetzt gerade nicht ganz mit. Ähm, ja, wir sind jetzt anscheinend hier in einer Wohnung von einem, naja, etwas betrunkenen Herrn, der sich die ganze Zeit am Arsch kratzt, äh, kratzt, 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 kratzt. Und sehr auf nackte Frauen, die etwas fülliger sind, schwingen. Oder ist es Mann? Nein, eine Frau, wirklich. Oh, zieht euch den Blick ran. Raa. Oh, okay. Das ist echt zu viel für mich. So, wir können jetzt hier verschiedene Dinge empfehlen, indem wir einfach E drücken. E. 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 Also, ganz ehrlich, ich leg mir auch immer auf meinem Bett, äh, immer mein Brot und meine Wurst. Ähm, und ja, ich esse immer im Bett, besonders, weil das, ähm, haufenweise Krümmel im Fall ist. Oh mein Gott, ich hasse es, wenn Krümmel im Bett sind. Ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Äh, deswegen esse ich auch nie mehr im Bett. Und ich, äh, setze mich eigentlich eher immer die Küche und esse. So. Haben wir schon 40, was auch immer. Siefgeld, oder wie es heißt. Keine Ahnung, ich hab keine Ahnung, wie die Währung heißt. So, ja. Rupfen jetzt erstmal alle Schränke auf. Da haben wir immer wieder schön zu, damit sie dann auffällt. So. Weiter geht's hier drüber. Oh, das war eh. Äh, nicht weh. So. Wir nehmen noch Füller mit, weil wir Füller mögen. Weil wir schreiben können. Irgendwann schön schreiben. Oh Gott. Ich entschuldige mich für meine Stimme gerade. Was haben wir denn da noch? Ein Flachmann. Ah, der wird zwar flach. Ich weiß, es ist nicht lustig. Aber ich find's irgendwie. Taschenporträt. Mal schauen, wer drauf war. Kann man leider nicht schauen. Ah, Katzenständer. Braucht kein Mensch. So, hier können wir nicht lang. Ähm, ich würde sagen, wir haben jetzt alles über niedrige Hintermüse zu spüren. Na, wir machen noch das Licht aus. Und tschüss. So, dann geht's mal hier raus. Und schwupp und schwupp. So, dass die uns nicht sehen. Ich wollte gerade wissen, was die eine gesagt hat. Ähm, halte E. Oh. Oh Gott. Macht doch mal hier keinen Stress. Also. E drücken. Nö, 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 nö. Jedenfalls kurz. Ähm, wir sind auf dem Dachboden. Auf einem Dachboden. So, können wir hier noch irgendwo lang? Irgendwo müssen wir hier lang. Oh Gott. Ich sehe Vögel. Bitte Bewegungen in der Nähe von Vögeln führen dazu, dass sie sämtliche Personen in der Nähe animieren. Alarmieren. Ähm, das Problem ist, ohne besser gesagt, Ähm, hier ist halt niemand in der Nähe. Ich weiß, ich gehe jetzt hier ziemlich vorsichtig sein. Hallo, Vogel. Du sitzt in der Luft, wusstest du das? Du bist ein cooler Vogel. Bist du voll Gangstermäßig. Oh. Sieht aus wie... Ups, das war ich nicht. Ich mache lieber das Ding schnell auf. Ähm. Ah, da war der Knopf. Äh, bewege die Maus, um halt diesen Schalter zu finden. Wisst ihr? Jetzt habe ich die scheiß Vögel aligniert. Äh, eh. Müsste ich jetzt die Maus bewegen? Ja, ist gut. Oh, ich liebe das. Ist cool. Stift setzen. Äh. Mal schauen, was drin ist. Uh, ein Kornier, was hier drauf ist. Irgendwie, das sieht total komisch aus. Also, diese Raben sehen ja aus wie die hier, ne? Die in der Luft schwebenden Raben. Okay. Ähm. Und das sieht aus wie irgendwie sterbender Schwan. Das sieht komisch aus. Sag mir das so. Das sieht aber auch verdammt schön aus. Das funkelnde Federklaut. Das funkelnde Federklaut. Ähm. Erinnert mich, äh, jetzt gerade Straße der Diebe. Besonders, wer baut so ein Zeug, äh, wenn es Diebe gibt. Also, da frage ich mich wirklich, äh, euer, äh, eure Logik. So, hier finden wir jetzt ein, äh, Seilpfeil. Acht. Wir drücken die Acht. Äh, dadurch, dass ich das erst vor kurzem gespielt habe, wusste ich das, ähm, wie das geht. So, hinauf geht's in die luftige Höhen. Oh, wie viel Messer. Ah, irgendwas, keine Ahnung. Oh, da steht jemand. Guck, bitte rein. Natürlich. Geht's beim nächsten Mal noch etwas lauter? Wie hättest du sonst gewusst, dass ich es bin? Tja, ich bin gekommen, also was denkst du? Ich denke, du hast dich nicht verändert. Komm schon, das wird wie früher. Folge Aaron, neues Ziel. Ähm, sie ist ziemlich leise, ist mir aufgefallen. Wir können auch ein bisschen sprinten und sprungen. Wir sind ziemlich schnell. Ich weiß, dass hier nichts ist, weil ich nachgesehen habe schon. Und, rutsche runter. So, Lichtkristall, der Lichtkristall in der linken, äh, in der linken oberen Bildschirmecke zeigt an, ob du zu sehen oder im Schatten verborgen bist. Stehst du im Schatten, bist du schlechter zu sehen? Oh, also das ist dieser Kristall da unten, wisst ihr da unten? Hast du nicht vor, in den Schatten zu bleiben, Lady Lampenschein? Hab mich nur umgesehen. Ich weiß, du wirst gern noch draußen. Lady Lampenschein. Oh. So, und jetzt sind wir nicht mehr zu sehen. Wir sehen jetzt, dass wir, also jetzt ist der ja nicht, ist der ja schon ein bisschen verborgen. Äh, drücke in E. So. 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 Was? E? Oh, ne, geht besser. 7G. Was auch immer. Was G ist, weiß ich immer noch nicht. Du solltest dir auch so'n Ding besorgen. Wir sehen uns dann drüben. Da komm ich dann wohl nicht weiter. Ich glaub's hart. Super! Wir dürfen uns jetzt haben hier an diesen... Heute ist ein Feiertag. Alle Diebe der Stadt liegen besoffen unter irgendeinem Tisch. Genau wie die Wachen. Ich will nicht wieder mit einem betrunkenen Wachmann diskutieren. So, da gehen muss ich. Ja, wir haben hier ein bisschen Aufmerksamkeit erhöht. Das hört man an diesen Tönen. Wie kann man sich ducken? Ah, so kann man sich ducken. Ich will so viel mitnehmen, wie ich kann. Und schnell zurück. Guck mal, wir haben jetzt nämlich schon 115G. Passivgeld. Aha. Ich weiß, der war so schlecht. Achte, da ist was. So. Gut. Ne, 10. Hallo? Ne, kann ich jetzt hier nicht... Achso. Jetzt heißt es. Oh, Leitern zu benutzen. Das ist doch schon mal schön. Wenn wir das auch wissen. Oh mein Gott. Zieht euch den Himmel rein. So einen Himmel gibt's nicht. Oh, es ist ungefähr. Straße der Diebe. Wir finden uns immer wieder auf der Straße der Diebe. Gefällt dir die Kralle? Hab ich selbst gebaut. Das wird die Wachen sicher beeindrucken. Die haben uns garantiert gehört. Die müssen mich erst mal kriegen. Halt einfach die Augen offen. Wir sind nicht hier, um uns umzusehen, Garrett. Alles, was zählt, ist die Beute. Ähm, ich finde sie ist eine sehr hübsche. Ich will mal ganz kurz sitzen. Ähm, sie ist ja auch sehr stark geschmied, also markant. Sie hat auch typische Meckmann eine Frau. Also, ich finde sie eigentlich ziemlich hübsch. Kann ich mich einfach runterspringen? Oh, Minigam. Ich hab nämlich schon viel eingesackt. Ähm, wo möchten wir bitte wieder aufstehen? Boah, ähm... Ich schau mich sehr genau um, also... Das ist es halt, ne? Ähm, kann ich sie jetzt hier irgendwie benutzen? Irgendwie benutzen? Kann ich sie benutzen? Hä? Moment, ich muss jetzt überlegen. Ich muss hier hin. Das zeigt sie mir ja auch an. Wie? Ach, er! Schlag, 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 schlag. Ähm, wo kam denn jetzt die Leiter runter? Vermutlich ist... Ach, hier. Ja. Die Augen aufstehen. Ich muss hier wieder ducken, ja. So. Schnauze. Aber elegante Sprung, also... Ah, ich glaube, ich duck noch. Ein Glück. So. Wir bringen jetzt schon ins erste Haus ein. Oder Wohnhof, was auch immer. Davon möchte ich eigentlich auch am nächsten so viele mitnehmen, wie ich möchte, äh, wie es geht. Ich will die auch, äh, ganz ehrlich, immer wieder schließen. Kommt besser. Ähm, ja, unten noch. Was nichts ist, das war mir jetzt klar. Ähm. Also, das ist, das, ähm, das, ähm, das findest du zum Beispiel... Das findest du auch sehr schön. Ja. So. Wir tun jetzt mal hier wieder ein bisschen stehen. Wir haben ja noch einen Zettel. Den lesen wir uns gleich durch. Am tiefen Satz. Ich muss gar nicht sehen, wie das so teuer sind. Oder so viel wert sind. Oh, da kommen wir auch gleich mal rein. Hier geht es anscheinend wieder raus. Ähm. Diese Musik find ich auch sehr, sehr schön. So, lesen wir uns mal diesen kleinen Brief durch. Es wäre in dieser Gegend ein Geheimnis zu wahren. F1 Madame Flowers Beziehung zu Wachmann wird fortgesetzt. Ehemann immer noch absenkt. Anonymer Brief, Brief, anonymen Brief abschicken. Mister, Wohnung auf der anderen Straßenseite angemüht. Im unteren Stock muss sich ein verborgener Wandtresor befinden. Links von der Treppe. Jenny ging wertvolle Gegenstände durch seine Hände. Aber ich sehe, sehe nie genau, wo er sie versteckt. Wusste doch, dass er nichts Gutes vorhat. Faxmann? Äh, nichts. Äh, seit mehreren Tagen. Verstorben. Habe nie Verwandte gesehen. Geld für Erben. Achso. Können wir euch gleich schon mal lesen. Äh, schließen. Ähm, okay. Jetzt schauen wir mal, was hier drin ist. Okay. Hier finden wir jetzt noch, ähm, an den Schuhlern der Ring, ich sage, gut. Ich würde sagen, auch ein Ring. Also, Ehring würde ich dazu sagen, jetzt so. Wie schnell. Also, machen wir es jetzt zu. Habe ich auch schon mal geschaut. Ach, hier kann ich gar nicht mehr rein. Okay. Haben wir jetzt hier vorne noch was? Na logisch. Tam, 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 tam. Ich habe jetzt ganz kurz geschaut, auf was unter dem... Äh, wie nennt man das denn jetzt hier? Komm damit. auf die Straße pinkelst. Geh wenigstens aus dem Licht. Hier kann dich jeder sehen. Das Bier muss irgendwo hin, Schatz. Ich habe es nur aufgewärmt. Abgesehen davon, siehst nur du zu. Kaum zu glauben, was für ein guter Mann du mal warst. Komm schon. Kosten wir mal diese Entenflügel. Loll. Ach, nee. Ups, jetzt habe ich Gach gemacht, hab ich das gehört. Ja, die Zahra sind jetzt ziemlich die leiseste. Oh, der Himmel ist immer noch so geil. So richtig wie ihn. So. Jetzt darf man ja unsere Anhebekünste testen. Also, ein Glück her. Übergang. Übergabeort. Übergangsort. Übergabeort. Ach, hier war sie anscheinend schon drin. Oh, ich muss das mal die umhauen. Das wurde sehr viel prachtig. Für unsere Sachen. Die Mütte, sie war hier schon drin. Kann das sein? Ah, aber hier etwas von die... Was? Äh. Nicht? Vergessen. Vergessen heißt das. Keiner. Das untere Fach. Oh, nichts. Okay. Da war sie anscheinend doch ziemlich grün. So. Ah, okay. Okay. Jetzt habe ich das auch kapiert. Dieser, ähm... Wenn sich dieser Balken füllt... Dann... ...bedeutet das... Äh... ...dass wir Aufmerksamkeit erheben können. Wie viel hast du gestohlen? Es geht nicht um wie viel. Sondern um was. Und auch um das Wie. Dieses Urkraftstein-Ding, das Bessow will, ist anscheinend im Zeremonienraum von Northcrest Manor. Heimstatt des Barons. Das wird schwierig. Besorgt? Ja, solltest du auch sein. Keine Sorge. Ich spring für dich ein. Das Ding wird mit jeder Sekunde komplizierter. Das Ding wird mit jeder Sekunde schwieriger. Und zwar, uns von diesem, ähm, Spiel zu trennen. Ähm, ich würde sagen, ich benne jetzt hier den ersten Part von Thief. Doch nicht, ähm, weil ich jetzt noch eine ganze Zeit habe. Ziemlich viele Wachen. Und die sind bestimmt nicht zum Sommerfest, Hans, hier. Viele Wachen heißt viele Waffen. Diebe und Schwerter. Das ist schlecht. Ich hatte nie Probleme mit Schwertern. Ich bin aber auch nicht bloß ein Dieb. Oh Gott, ich finde, ja, ich finde es so geil. Das ist ja auch hinten geschnürt und alles, ne? Da hier durch die Gärten verhaltet sich geräuschlos und bleib außer Sicht. Die Gäste sollen nicht sehen, wie das Ding den Geist aufgibt. So, ich halte sie mal am Mund. Gut, ich würde sagen, ich benne jetzt hier die Folge und wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, Abend, was auch immer. Und, ja, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge von Thief. Und bis dahin noch einen schönen Tag. Ciao.